Hallo, ich bin für euch heute. Es ist ein Mann im Brunnen gefallen. Ist ein Mann im Brunnen gefallen, hat den Haaren blumpfen. Wäre dir nicht hinzugeknallt, wäre der Gerl ertrunken. Himmel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuh. Von Fahri, der mag der Herr schon von diesem Häuschen sein.